Das Okidoki Kinderland Bühl. Der Hallenspielplatz mit riesigem Outdoor-Park und Spaßgarantie. Spiel und Spaß für die ganze Familie auf über 7000 Quadratmetern. Entdecke das riesige Spielparadies und die vielen Attraktionen des Okidoki Kinderlands. Klettern, Hüpfen, Toben, Rutschen. Alle dürfen mitmachen. Es gibt jede Menge zu erleben. Mit vielen Spielgeräten wie Trampolinen, Hüpfburgen, Rutschen oder dem großen Kletterlabyrinth hat garantiert jeder seinen Spaß. In einem separaten Spielebereich können auch die Kleinen jede Menge erleben. Damit für die richtige Stärkung gesorgt ist, bekommst du alles, was dein Spieleherz begehrt. Essen und Trinken gibt es in unserem großzügigen Gastronomiebereich. Und als spezielle Erfrischung gibt es einen frostigen Slushy. Gerne dürft ihr auch selbst eure Verpflegung mitbringen. Gibt es etwas zu feiern? Dann nichts wie hin ins Okidoki Kinderland. Im Okidoki wird deine Party zu einem unvergesslichen Erlebnistag mit Familie und Freunden. Draußen geht der Spaß auf über 4000 Quadratmetern noch weiter. An heißen Tagen könnt ihr euch auf der Wasserrutsche oder im Paddlerbecken abkühlen. Das wahre Highlight ist die 2000 Quadratmeter große Minigolfanlage mit 18 verschiedenen Bahnen. Das Okidoki Kinderland ist also bei jedem Wetter, an jedem Tag im Jahr ein einzigartiges Ausflugsziel. Wenn auch du einen unvergesslichen Tag im Okidoki Kinderland haben möchtest, dann komm doch einfach vorbei.